Ich bin Tina Palacios, die Community Managerin bei Infinity Ward. Ich bin Tina Palacios, die Community Managerin bei Infinity Ward. Ich bin Tina Palacios, die Community Managerin bei Infinity Ward. Ich bin Tina Palacios und die Community Managerin bei Infinity Ward. Ich bin Tina Palacios und die Community Managerin bei Infinity Ward. Also, während du und dein Bruder im Widerstand kämpfen, trefft ihr auf die Ghosts, die eigentlich für eine Legende gehalten werden, weil niemand ihre Identität kennt. Die Brüder haben aber von ihnen gehört, weil der Feind Angst vor ihnen hat. Letztendlich kämpfen sie an der Seite der Ghosts und das ist eine echt coole Geschichte. Ich kann es kaum abwarten, sie Leute spielen zu sehen. Die größte Herausforderung für uns bei Infinity Ward bei der Entwicklung für die neuen Konsolen war es, eine neue Engine zu bauen, mit der wir das machen konnten und gleichzeitig trotzdem auf fünf verschiedenen Plattformen zu entwickeln. Wir entwickeln gleichzeitig für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und PC, anstatt eine Lead-Plattform zu haben. Das ist neu für uns und wir sind glücklich, jeder Konsole genug Aufmerksamkeit widmen zu können, um das schönste Call of Duty bisher auf jeder von ihnen veröffentlichen zu können. Wir hätten echt nicht gedacht, dass Riley im Internet so viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Das war eine große Überraschung für uns, über die wir natürlich sehr glücklich sind. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir mit Riley einen Hund als Squad-Mitglied im Spiel haben wollten. Wir hatten also echt die Hilfe von Navy Seals, die mit ihren Hunden vorbeikamen und in Übersee gedient haben. Wir konnten diese Hunde kennenlernen und einer unserer Designer, Thomas, hat sehr viel Mühe darauf verwendet, Riley per Hand für das Spiel zu zeichnen. Wir haben echt jede Menge Zeit in Riley gesteckt. Wir wollten, dass die Leute eine enge Verbindung zu ihm aufbauen können und ich glaube, dass die Leute Riley deswegen auch mögen, ohne das Spiel gespielt zu haben. Ja, ich weiß, dass es vielen Leuten gefallen hat, als Riley in dem Singleplayer-Trailer, den wir gerade veröffentlicht haben, den Piloten angreift. Aber das hatten wir für Riley auch schon geplant, bevor er im Internet so populär wurde. Das ist einfach ein abgedrehtes Phänomen, das mittlerweile so weit ist, dass wir echt gespannt sind, wie die Leute mit Riley im Multiplayer spielen. Einfach um zu sehen, was für Videos auf YouTube landen. Wir haben viel Zeit darauf verwendet, Feedback, Aufmerksamkeit zu schenken. Wir haben eben auch den Luxus, zwei Leute, mich und meinen Kollegen Caddys, dafür zu haben. Unsere Hauptaufgabe ist es, zu schauen, was in den Foren auf Twitter, YouTube, Reddit und Facebook passiert. Einfach nur, um sicherzugehen, dass wir das gesamte Feedback der Spieler bekommen. Es ist uns wichtig, die Wünsche der Fans zu erfüllen. Einer dieser Wünsche war ein dedizierter Server und wir sind glücklich anzukündigen, dass wir sie als exklusives Feature auf Xbox One und PC haben. Als Frau bei Infinity Ward bin ich natürlich glücklich, Frauen im Spiel zu haben und allgemein denke ich, dass wir alle stolz sind, dass Infinity Ward Frauen endlich in den Multiplayer bringt. Es hat einfach Sinn gemacht, weil wir jetzt auch erlauben, die Soldaten individuell zu gestalten. Da lag es einfach nahe, auch weibliche Charaktere zu erlauben. Wir haben genau geschaut, was die Hersteller unseren Updates anbieten. Wir wollten einen Second Screen in den Multiplayer einbauen, aber wir wollten nicht, dass er vom Spiel ablenkt. Weil es ein sehr schnelles Spiel ist, wollten wir die perfekte Balance finden. Bisher ist unser Second Screen eine Möglichkeit, das Equipment anzupassen und deine Clan Wars und deinen Spielfortschritt zu verwalten. Das ist, was es bisher ist. Und ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir neue Updates dazu haben, aber wenn es soweit ist, werde ich glücklich sein, diese bekannt zu geben. Unsere guten Freunde bei Treyarch arbeiten an der Wii U-Version von Call of Duty Ghosts. Ich weiß, dass sie der Hardware und deren Möglichkeiten viel Aufmerksamkeit widmen. Und sobald sie ankündigen können, was sie mit der Hardware vorhaben, kann ich versprechen, dass es die Leute begeistern wird. Ich weiß, dass viele Leute nach einem Zombie-Modus fragen und ob wir etwas von dem Kaliber vorhaben. Bisher kann ich dazu noch nicht viel sagen, obwohl ich mir wünsche, dass ich es könnte. Fans, die schon Modern Warfare und Black Ops gespielt haben, wird unsere neue Kampagne gefallen. Wir haben eine komplett neue Story und viele neue Charaktere, die nichts mehr mit dem restlichen Call of Duty-Universum zu tun haben. Dazu erzählen wir eine echt emotionale Geschichte, die von dem Oscar-Gewinner Steven Soderbergh geschrieben wurde. Ich glaube auch, dass die Fans die neuen Szenarien und Teile der Welt, die sie sehen werden, mögen werden. Wir haben gerade zum ersten Mal die Weltraum-Mission gezeigt und dazu kann man auch noch unter Wasser kämpfen. Wenn die Ersten das Spiel haben, bin ich sicher, dass es ihnen gefallen wird. Dazu kommt noch unser neuer Multiplayer, wo du deine Soldaten genau so anpassen kannst, wie du willst, und deine Perks genau so wählen kannst, wie es dir gefällt. Wir haben die neuen Killstreaks, die viele gerne ausprobieren wollen werden. Und hinter all dem steht eine neue Technik. Wir haben eine neue Engine, an der wir hart gearbeitet haben. Und wir haben zahlreiche Verbesserungen gemacht. Wir haben sogar die Art, wie wir unsere Designs machen, wegen der neuen Pipeline geändert. Fans werden mit Call of Duty einen echt guten Kauf machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst doch euer Feedback in Form eines Kommentars und eines fetten Likes. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, solltet ihr einen Blick auf unsere aktuelle Folge InWeek werfen. Ein Klick auf das große Bild und schon kann es losgehen. Außerdem haben wir unten längst einen coolen The Legend of Zelda Wind Waker HD Grafikvergleich und unten rechts findet ihr die erste Folge unseres neuen Formats InGeek mit einer leidenschaftlichen Diskussion zu GTA 5. Bis zum nächsten Mal.